hallo leute herzlich willkommen auf meinem kanal diesmal ist die reaktion wieder gestartet ich habe gesehen ihr habt den guten regista ip hier ein abo da gelassen freut mich sehr hat er jetzt die zehn abos richtig cool also total korrekt wer das hier alles gemacht hat ja dann würde ich sagen gucken wir uns mal das best of von ihm den zweiten teil da an könnt bei mir natürlich gerne mal ein abo und like gelassen beim guten rex lp natürlich auch würde ich sagen los geht's best of von omega laser 009 2 das finde ich schon besser geschnitten das muss zugeben unser clan member das war krass das ist gut guckt es an ist gut ich finde das schon geil der clip war ganz ok aber ich weiß nicht warum ich so mein gott das ist gut das ist richtig gut jungs warte mal kurz was das geht doch bestimmt auch in höherer quali hallo es geht noch weiter jungs es geht noch weiter es ist geil ja es ist wirklich geil ich fand das war wirklich gut jeder schluss ein treffer drei leute ihr wisst bescheuert ne oh er hat uns verarscht oh nein oh das hätte ich so gern gewonnen hab nur graue waffen challenge gemacht könnt ihr euch gerne mal angucken das video blende ich euch dann mal am wendesten ist da irgendwo links oder rechts ein das ist wirklich ein guter spieler ich hoffe es hat euch unterhalten bis zum nächsten mal bei dem satz würde ich jetzt auch immer mein video beenden lasst gerne ein abo da blende ich euch mal da unten irgendwo ein und guckt auf jeden fall nur graue waffen challenge das video ist dann da auch irgendwo links rechts keine ahnung wo lasst gerne ein abo bei mir da lasst gerne ein like da würde mich freuen und würde ich sagen ciao bis zum nächsten mal